Die Biodiversitätsinitiative will Tiere und Pflanzen sowie Landschaften und Ortsbilder stärker schützen. Sie fordert mehr Flächen und Geld für die Förderung der Biodiversität. Für das Initiativkomitee ist das nötig, um die schleichende Zerstörung unserer Natur aufzuhalten. Die Auswirkungen auf unsere Gesundheit, Wirtschaft und die Zukunft unserer Kinder seien gravierend. Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative ab. Schon heute förderten Bund und Kantone die Biodiversität. Die Initiative schränke die Wirtschaft, die Landwirtschaft, den Wohnungsbau und die Energieversorgung zu stark ein. Worum geht es im Detail? Viele Lebensräume, Landschaften und Ortsbilder in der Schweiz stehen unter Druck. Die Vielfalt von Pflanzen und Tieren nimmt ab. Bund und Kantone haben auf diese Entwicklung reagiert, indem sie wertvolle Gebiete in sogenannte Inventare aufgenommen haben. Diese sind stärker geschützt. Für die Artenvielfalt gibt der Bund heute rund 600 Millionen Franken pro Jahr aus. Dieses Geld geht grösstenteils an Landwirtinnen und Landwirte, die auf ihren Flächen die Biodiversität fördern. Ein Komitee aus Natur- und Umweltorganisationen ist der Meinung, die Schweiz müsse mehr tun für den Erhalt von Natur, Landschaft und Ortsbildern. Es hat darum die Biodiversitätsinitiative lanciert. Die Initiative fordert mehr Flächen und Geld zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt. Lebensräume, Landschaften und Ortsbilder, die in einem Inventar von Bund und Kantonen sind, würden noch stärker geschützt. Für Bauprojekte in diesen Gebieten würden strengere Anforderungen gelten. Weiter müssten sogenannte Kerngehalte in geschützten Biotopen, Landschaften und Ortsbildern unbedingt erhalten bleiben. Das sind prägende Elemente wie zum Beispiel eine Trockenwiese. Zudem verlangt die Initiative, dass Natur-, Landschaften- und das baukulturelle Erbe auch ausserhalb der Schutzzonen geschont werden. Die Kosten einer Annahme der Initiative lassen sich nur grob schätzen. Der Bund rechnet mit Mehrausgaben für Bund und Kantone von mehr als 400 Millionen Franken pro Jahr. Für das Initiativkomitee ist die schleichende Zerstörung der Natur alarmierend. Ein Drittel aller Tier- und Pflanzenarten in der Schweiz sei gefährdet oder bereits ausgestorben, die Hälfte der natürlichen Lebensräume bedroht. Eine intakte Natur helfe gegen den Klimawandel. Moore und Wälder würden CO2 speichern. Bäume und Gewässer sorgten für Abkühlung. Deshalb brauche es ein Ja zur Biodiversitätsinitiative, damit unsere Lebensgrundlagen auch zukünftigen Generationen erhalten bleiben. Für Bundesrat und Parlament geht die Initiative zu weit. Sie könne die Wirtschaft behindern, die Landwirtschaft einschränken, den Wohnungsbau erschweren und den Ausbau der erneuerbaren Energien beeinträchtigen. Bund und Kantone hätten bereits gezielte Massnahmen zum Schutz von Natur und Landschaft ergriffen. Arten wie der Luchs oder der Bartgeier seien in die Schweiz zurückgekehrt. Die Initiative sei teuer und belaste die angespannten Finanzen des Bundes. Aus diesen Gründen empfehlen Bundesrat und Parlament die Initiative abzulehnen.